Wir sind am Städtischen Klinikum Lüneburg auf der Allgemeinpädiatrie und wir suchen examinierte Pflegefachkräfte, die mit viel Spaß, Freude und Professionalität unser Team erweitern. Ich möchte mal behaupten, dass das einmalig ist, das Team. Ich arbeite unheimlich gerne hier in Lüneburg auf der Kinderstation, weil die Kinder einfach eine besondere Dankbarkeit zeigen. Bei uns liegen alle Kinder von 0 bis 18 Jahren. Alles bis auf Kardiologie und Onkologie quasi können wir abdenken. Wir haben einen ganz großen Kontakt zu den einzelnen Fachbereichen, dadurch, dass wir von den verschiedenen Abteilungen dann auch Visiten haben. Unsere Patientenakte ist mittlerweile digitalisiert worden. Das neue Eltern-Kind-Centrum wird bei uns in den nächsten Jahren hier gebaut. Das ist schon in Planung. Wir haben eine Erzieherin bei uns auf der Station, die Daniela. Die spielt mit den Kindern, bastelt mit den Kindern und zaubert den Kindern ein Lächeln aufs Gesicht. Wenn du auch Lust auf Trubel, gute Kollegen und Spaß an der Arbeit hast, dann komm zu uns.